Hallo zusammen, mein Name ist Matthias Wenck und ich bin Mitarbeiter in der City-Seelsorge der Kielergemeinde St. Gallen. Gemeinsam mit Kirche in der City, ein ökumenisches Projekt, wollen wir hier in diesem Laden in der Hütte laufen, während der Zeit des Weihnachtsmarkts ein neues Projekt lancieren. Ein Pop-up Store für Stille. Pop-up Stille soll er heissen. Es soll eine Ergänzung sein zu dem Trubel rund um den Weihnachtsmarkt hier in der wunderschönen Altstadt von St. Gallen, in der Sternenstadt St. Gallen. Aber dazu brauchen wir euch. Menschen, die sich freiwillig hier in diesem Laden engagieren wollen. Die wollen helfen, dass ein gemütlicher Laden wird, dass Menschen freundlich angesprochen werden. Dazu brauchen wir ein paar verschiedene Aufgaben, die erfüllt werden müssen. Wir müssen kontaktfreudig sein und Menschen können herzlich willkommen heissen. Oder vielleicht dann auch einmal, um hier auf diesen Rahmen aufmerksam zu machen, vorne am Bärenplatz ein paar Flyer verteilen. Wir brauchen auch Leute, die Kinderbetreuung übernehmen können. Während der Zeit des Weihnachtsmarkts soll Pop-up Stille wirklich ein Ort der Ruhe mitten in der Stadt sein, mitten in der Trubel. Und hier brauchen wir euch. Meldet euch. Trägt euch in diesem Doodle ein. Und ich freue mich, mit euch zusammen mit unserem grossen Team zusammen zu arbeiten. Und den Menschen Stille schenken. Stille und ruhige Momente. Danke vielmals.